Glück im Unglück hatten die Passagiere dieses Heißluftballons am Donnerstagmorgen in Australien. Der Ballon hat etwa 20 Minuten nach dem Start hart aufgesetzt. Da hatte er gerade eine Strecke von etwa 25 Kilometern zurückgelegt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Caroline Sunderland von der Polizei Victoria. Die Betroffenen sind in einer relativ guten Verfassung. Es sind nur kleinere Verletzungen. Sie wurden zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Denn manche Menschen sind schon älter. Es gibt aber keine Frakturen oder ähnliches. Wie es zu dem Unfall im Yara Valley nördlich von Melbourne kommen konnte, war zunächst nicht ganz klar. Offenbar wurden mehrere Personen aus dem Korb geschleudert, als der Pilot versuchte zu landen. Zurück der Polizei der Polizei. Vielen Dank.